Das Studium ist Praxis hoch 10. Wir werden uns zum einen solche methodischen Fähigkeiten anschauen, die in der Praxis gebraucht werden, um Daten zu kombinieren, Muster in Daten zu erkennen, vielleicht auch Prognosen zu machen. Gleichzeitig werden wir real existierende Unternehmensdaten verwenden, um die Methoden anzuwenden, um die Techniken real zu beobachten. Wir werden aber auch Exkursionen anbieten zu verschiedenen Unternehmen, die datengetriebene Fragestellungen haben. Zudem ist ein integriertes Praktikum vorgesehen, das sie im Bereich Data Analysis, Data Intelligence oder Data Science absolvieren werden.